Herzlich Willkommen bei Autohaus Wisman. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren Ford Mondeo Titanium TDCi mit Partikelfilter und der 2 Liter, 103 kW bzw. 140 PS Maschine. Zu ihrer Enthaltung bietet dieser Mondeo ein CD-Radio Sony MP3 mit USB, AUX und einer Bluetooth-Freisprechanlage. Seine besondere Note erhält der Titanium durch schicke 17 Zoll Leichtmetallfähigen, Chromdekor rundum, im Innenraum gibt es gebürstetes Aluminiumdekor. Die Vordersitze sind elektrisch 8-fach verstellbar, der Fahrersitze sogar mit Memory. Sportsitze vorn, Ford Power Startknopf und Tempomat, heizbare Frontscheibe. Darüber hinaus verwöhnt dieser Mondeo mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, einer automatischen Klimaanlage, Sonnenrohrlos. Für die Sicherheit gibt es ABS ESP 7 Airbag. Besuchen Sie uns in Kirchheim-Olanden, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besuchen Sie uns in Kirchheim-Olanden, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr.